Jetzt? Ja, nur weitermachen. Weitermachen, genau. Jetzt müsst ihr noch... jetzt müsst ihr noch... ein bisschen Gas geben. Der kann gerade hinten punkten. Du müsst ihr noch ein bisschen Gas geben. Ihr seid auf jeden Fall auf einem super Weg. Mach mal Stopp! Und jetzt vorsichtig. Ich glaube, da ist was. Geh mal vorsichtig runter. So, Leute. Aber nicht so schnell. Keine Hektik, bitte. Keine Panik. Ihr braucht nicht... Ihr braucht überhaupt nicht schnell handeln. Jetzt braucht ihr noch nicht mal pusten. Jetzt wartet mal kurz. Und wenn es dann glüht von selber... Dann könnt ihr es in euer Zündernest machen. Ihr braucht mehr Material auf jeden Fall bei dem Zündernest. Und könnt es kurz entfachen. Ihr habt es geschafft, Leute. Hier ist eine Glut! Hier ist eine Glut, Jungs, Minutes! Boah, wie geil ist das denn, Alter? Wir sind die Besten. Also, meinst, dann haut jetzt rein. Dann brauche ich mir meinen Tugnäger mal um. Nee, guck doch mal. Guck doch mal. Ihr könntet jetzt ganz bald demnächst in euer schön vorbereitetes Zündernest geben. Und deinen Anfang kannst du ruhig schon reingeben. Vorsichtig, dass du es nicht dabei kaputt machst, ne? So ausgespuckt worden. Weil ich hätte mir schon früher mein Tuch mal an Schienbein dründen wollen. Kann ich das noch runterschieben? Ja. Kann sein, dass ihr eure Hilfe dann braucht, ne? Material oder wer weiß. Genau, jetzt musst du es schön zusammenhalten, dass diese Jute dann anfangen kann zu gehen. Wenn du pustest, lange, sachte und nicht doll. Und du musst es enger halten, sonst verliert es gerade alle die Hitze. Genau. Du musst wie ein kleines Baby zusammengehalten werden. Das ist doch geil. Alter, wir haben Feuer gemacht. Ja, ist so. Sieht doch geil aus. Ist wieder alles gut? Okay, dann ist jetzt gut später. Kann sein, dass ihr beim Pusten mithelfen müsst. Ja, okay. Sollen wir mithelfen? Wir haben gerade Feuer gemacht. Oder das ist gerade am, gerade am Entstehen. Sandra hielt und pflegt es gerade. Da ist es! Jawoll! Ja, hau ruf den anderen Scheiß gleich! Komm, hier! Macht's nicht groß, der Förster kommt gleich. Ihr habt's geschafft. Ihr habt's geschafft! Ja, voll süßvolle. Jaaa! Cool! Wir haben Feuer gemacht! Wir haben Feuer gemacht! Ja, voll süß! Ja, voll süß!